Herzlich Willkommen zurück, meine lieben Leute, zum neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Leaf. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu der neuen Folge. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich merke gerade, mein Facecam ist ein bisschen verrutscht hier. Das ist ja, ich muss das ja wieder richtig hinstellen. Ihr seht schon Perfektion direkt am Anfang vom Video, ey. Jetzt hau es seit zwei Wochen irgendwann wieder raus und dann funktioniert hier nichts, ey. Wirklich, es ist, es ist, es konnte es wieder komplett hier loswerden. Aber ja, darum soll es heute nicht gehen, sondern darum, ich muss es nicht reinmachen. Wir fallen sozusagen komplett die Ohren ab. Es soll darum gehen, dass heute Endless, ich muss wieder in die Mitte rutschen, wenn ich gerade, nach gefühltem Jahrzehnten mal wieder ein Animal Crossing Park kommt. Yeah. Nachdem es jetzt nicht mehr im Monat dauert, bis das wird es sein, dachte ich mir, ey. Du könntest doch eigentlich erst mal den TDS-Teil weiteresprayen. Äh, den DS-Teil. Und die werden es besser machen wir jetzt weiter. Entschuldigung, dass es den letzten Tag kaum mit uns kam. Ich hab jetzt seit Ferien, heißt, ich hab jetzt auch wieder Zeit und werde mich wieder mehr auf die Videoproduktion, ähm, festlegen, so dass ihr wieder Videos bekommt. Ich verspreche es. Aber wir parlabern nicht von weiter herum, sondern fangen jetzt direkt so an. Hello, come to play, did you? Ja, ich mach weiter. Hast du sehr gut erkannt. War aber auch nicht so schwer, dass du erkennst, denke ich es mal. So, damit ist es gerade am aufwachen hier. Wenn euch das Video gefällt, dann könnt ihr gerne einen Like da lassen. Ich würde es sehr unterstützen und sehr freuen. So, ja. Was ist jetzt hier los? Hallo? Jetzt hat geht es hier. Gerade das bisschen rumgelämmt. So, jetzt wird es ein bisschen präpariert, sodass meine Schuld ist hier die Weißdaten kann, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich persönlich für meinen Teil freue mich das nicht richtig. Auf, ähm, Animal Crossing New Horizons für Nintendo Switch. Ähm, das Game wird so, so toll werden. Die hatten das schon gesagt gehabt, ein bisschen in der Direct, ähm, vor paar Tagen. Und das Game war so toll. Also, ich glaube, wirklich, der Hype ist komplett da. Das ist auch das Thema, was in der Folge ein bisschen ansprechen müsste, ähm. Hatten wir eigentlich irgendwas zu tun noch im letzten Mal? Schauen wir am besten gleich mal so Tom Nook. Der kann es mir verraten, ob wir noch irgendwas zu tun haben. Ähm, Map. Oh, ne, X war das, glaube ich. Ach, ich hatte die Gratis-Name jetzt hier weggeklickt. Egal. Hier haben wir... Nein, hallo? Hier. Super hier. Äh, ich will nochmal schauen, wo Tom Nook... Ach, das ist ja direkt da. Das war ja nicht weit weg. Da passt's. Ich war gerade leicht lost. Da gehen wir einfach mal nach unten. Ach, die Steuerung ist immer noch. Das war mit hier auf dem komischen Emulator-Ding. Das tockelt da wie so ein komisches Ding durch die Gegend. Aber schauen wir nochmal so mit Tom Nook, ob wir irgendwas Neues zu tun haben. Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Ich hab's ehrlich gesagt, jetzt mal vergessen, ob wir irgendwas Neues zu tun hatten. Das ist ein bisschen so, aber ist, ähm... Klau, es muss da eigentlich gehen. So, hola, bonas dias. Was geht das hier? Ah, die haben wir noch nicht im Einsatz, das ist verrückt hier. Hm, bin mit everyone. Ich bin nicht so, oder? Du könntest einen Ali missen. Ach ja, wir sollten uns da bei jedem vorstellen, ne? Richtig. Das haben wir jetzt ja noch gar nichts gemacht, ne? Fällt mir grad an. Das ist ja perfekt. Äh, ha, ha, ha. Sehr schön. Äh, jetzt geht's schon, ähm, hundertprozent, ähm... Hundertprozent Professionalität, ich hier. Ähm... Ach, das ist perfekt schon wieder. Aber egal, ähm... Sagen wir doch einfach mal Ihnen hallo. So, das Letzte ist, äh, was die wollen. Ja, okay, okay, ähm... Ja, wir sagen auch den Meza hallo. Gut, dann sagen wir jetzt allen hallo. Und während wir allen hallo sagen, tun wir ein bisschen darüber, predikten oder ein bisschen darüber was, helden. Wie toll denn Animal Crossing eigentlich wird. Äh, fangen wir gleich mal hier an bei hallo sagen. Weil das Spiel wird so, so toll werden. Wirklich ist. Ähm, ihr könnt es mir nicht glauben, wie toll das gehen wird. Aber hier haben wir jetzt erstmal Marble. Hallo, willkommen. Ich versetze es einfach ab jetzt. Willkommen zu Abel Sisters, wo du der Fessen-Designer bist. Ich wollte eigentlich nur mal hallo sagen, wenn ich dir vorstelle, ist mir der Neue. Okay, okay, was kann ich für dich tun? Eigentlich ist nix, ich wollte nur mal hallo sagen, aber okay. Ähm, ja, ich kann dir das halt nachfragen, das ist sehr nett. Und die dürfen wir selbst bei der Arbeit irgendwie nicht stören oder so. Das war also mindestens im 3DS-Teil so. Ja doch, das ist alles so. Äh, nee. Die kann man nicht stören, die ist konzentriert am Arbeiten. Wir können auch nicht raus, weil die alle hier wieder einen Weg versperrt. Ha, ich mag das, da total gern. Wenn ich Leute mir einen Weg stellen, das ist nicht toll, wenn ich Leute mir einen Weg stellen. Sag ich mal, gleich, das hasse ist. Ab- und tief. Das ist Wahnsinn. Irgendwas, Leute, meine, nee, hier stelle ich mich jetzt in den Weg rein. Das, äh, nee. Es stellt sich, äh, es stellt sich auf die meines Weg mit mir. So, ähm, jetzt muss ich mal kurz hin schauen. Wen soll mir denn alles mal ja Löhle sagen? Ähm, da ist doch direkt mal ein Haus. Aber, wie haben wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, äh, 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 äh. Okay, die meisten sind alle auf der anderen Seite. Mit Vorstagen, wir gehen einfach mal jetzt nach unten weiter. Hoffentlich, dass es nicht verlaufen haben. Hier ist so das erste Haus, wo wir auch mal Löhle Popühle sagen werden. Und den Bürgermeister machen wir ganz ums los. Toll, die läuft jetzt hier irgendwo rum. Was weiß ich, wo er dieses hier rumtreibt. Egal, dann suche mich nach der einfach später. Dürfte ja genauso gehen. Ja, ne, Animal Crossing New Horizons, ähm, ich bin tieres Hyped auf das Game, wirklich. Weil ich finde Animal Crossing so ein friedliches, schönes Game. Das ist definitiv auch wirklich eins meiner Lieblings, also Soros Animal Crossing. Das magst du Tenor einfach so gern. Da ist aber Samson, weil es einfach so toll ist, das Spiel wirklich. Oh no, ähm, was ist das? Ein neues Gesicht? Mein Name ist Saman. Viele sagen, es ist, ähm, tu oft Fossilien graben, oder ich suche oft nach Fossilien. Ähm, also der Name ist Dave. Das ist, äh, hört sich hip an. Äh, wir sollten mal, ähm, zusammen was machen, also aus, äh, es heilen. Wir sollen abhängen, abhängen. Ne, es wird hängen, abhängen. Ähm, Bill reden und vielleicht nach Fossilien sammeln. Ähm. Jo, äh, das, äh, merke es mir. Ach, jetzt läuft, laufen die ein bisschen wieder von der Nase rum. Ist das denn das Haus von dem guten, Simon? No, hallo, komm. Ah, das war sogar der Samson, dann passt's. Dann haben wir die noch mal abgeklappert. Ich muss mich nur mal ganz, ganz orientieren, wo wir in die anderen Häuser nicht weitergehen. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Doch, hier läuft es richtig. Wenn ich hier einfach sieltig weiterlaufe, müsste ich schon vor ein nächstes Haus kommen. In der Hoffnung, dass die immer zu Hause ist. Am Tag laufen ja alle überall rum. Wir haben bei Führer niemals zu Hause. Ist ja auch klar, ne? Bei dem schönen Wetter ist man auch, ist da aus dem Freiweg zu Hause. Ist jetzt am PC und Soccer. Und wir haben die Aurora. Hey, der. Äh, hallo, der. Ähm. Ich denke, ich hab das letztendlich gesagt noch nicht zuvor gesehen, Baby. Ich bin Aurora und ich lieber es, ähm, Muskeln zu sammeln. Ähm. Immer wenn ich einen Song zu bekommen. Ähm. Können wir uns, äh, anfreunden, Baby? Begrüßung. Ich, ich, ich weiß nicht, wie es bei den Amis ist. Sagen die dir immer also, Hey, babe! Oder sowas. So, so. Ich sag, im Deutschen ist er dann, Baby sagt er, so. Vorhin ist er so, Hi, Baby! Na, alles wird mal so süß. Irgendwie sowas, ne? Aber da ist es das ganze Malzheim war. Okay. Oh, da ist mal einer aus einem toll eingeristeten Haus. Das ist ja krass, ne? Hey, hey! I know, das ist, äh... Äh, ich weiß, das ist, äh, ich weiß nicht, was hatten. Ich weiß nicht, was ich weiß, was ich weiß, kurios oder so, kumos, ähm. Aber welches Essen? Ähm. Welches Essen-Spezialitäten gibt es in dieser, in diesem, in diesem Dorf hier, ne? Ich mag, ähm, Dipping Vanilla Ice Cream. Ähm, in turkish coffee. So, das ist geil, ne? So, Vanilla Ice Cream. Ich mag es auch total gern, vegane Vanilla Ice Cream. Und dazu irgendwie Tee oder Kaffee. Ja, das ist geil. Ja, ich bin gerade zum Teil auf so einen veganen Crypt, tatsächlich. Ähm. Gut, ich esse auch vielleicht ab und zu. Aber ich will mir es primär gesund ernähren. Und deshalb muss vegan nicht eisen. Äh, weil, ja. Und wegen der Naturintoleranz ist das. However, es geht es darum, dass es vegan nicht eisig ist, sondern auch, was Papi eigentlich sagt. Ähm. Wenn du etwas sehr gut schmecken, eine sehr gut schmecken, die Lekatesse finde es, ähm, sagst du mir das halt. Natürlich. So, dann habe ich dir auch vorgestellt, aber du bist auch neu, Herr, meine. So, dann war doch umster Karton zu einem, umstehen, sieht das so aus, als ob unser Bob auch, oder wie hieß der? Auch neu wäre es auf jeden Fall. So, jetzt war mir was. Ach, so, ich drücke immer die falsche Taste. Ja, Manns, Gott sei. Ich glaube, es war einfach so weit bei allen. Boah, nur die eine davon hat Brücke, haben wir uns ange... ...troffen. Das haben wir vielleicht noch mal ins Rathaus, sagen, danke, ist mit Hallöle. Und dann sind wir auch noch nach den einen Personen, die fehlt. Und dann müssten wir eigentlich alles so weit, mal so mit Hallöle gesagt haben. So, wo ist denn das so in der Rathaus? Sagen wir mal nochmal. Ich lauf so wieder hier. Komplett wie in Besoffenen uns die Gegend. Das ist diese bescheuerte Swamige Joystick-Steuerung. Die ist es-manig. Ne, das ist das Museum, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das Museum mit dem geilen Keller? Jawoll! Wenn es das ist, dann feiere, ist das richtig hart. Ja, das ist das. Das habe ich schon in einer der ersten Partie gesehen. Auch mit dem Soundtrack. Das ist so schön. Das ist so ein schönes Game wirklich. Also, es wird so ein Hype komplett des Todes, weil ich weiß einfach das Spiel wird so, so, so toll werden. Das ist Wahnsinn, wirklich, das wird so ein tolles Spiel werden. Das ist, ah, wirklich, ich, 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 ich fahr jetzt nicht drauf ab. Oh, du Scheiß. Ah, jetzt wird halt gar nicht gemauert. mit dem Kuhl zu lesen es war immer noch was gede Torhau und achte ich der ganze Zeit der Maße Wette oder gehen einfach über die Brücke oben zurück und dann werden wir dann ist man auch nach einer Eintritt antreffen das ist ja noch ein relativ übersauber mich hat man auch hier zu blenden das wird auf das Witz und Spaß haben wir da nicht andauern seine Karte hat auch das was alles komplett los der Garten seit ich bin dagegen darum weil ich keine Ahnung wo noch ein bisschen muss das erwartet so ist das der Bagger meister ja hallo kannst du was fragen ähm von welchen vielen hast du am meisten Respekt der Siv also der Siv, der Maid, der Maulzer, der Maulzerk, der CIO also der Maulzerk ist glaube ich so was hier der Postbot der Siv ist ja klar der Siv aber CIO ist eigentlich auch so eine Art Siv ne ich glaube das ist der Founder weil es hier auch auf Beispiel Apple ist Tim Cook also der Founder ne Steve Jobs, ich bin da komplett los äh Steve Jobs ist der Founder, der CEO auch Apple und ich glaube das ist... oder ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung das googles Magistrin was ein CEO auch nicht ok es hier ausdehnt für Sieg Execute Officer ich nehme es heißt nun in vielen a... an... an... klau... das mitm... boah dann wird ja nichts geiler ohne Scheiß hier, ich habe es probiert zu googlen die ganze Hauptmann war es hier rausgemacht und ich bin in der Facecam richtig fett gerade ist es geil äh aber hier ist es interessant, ich mach mal weg hier die Stadt, wir sind es gerade hier ähm aber da ist es ganz interessantes herausgefunden was dieser äh Thieves of Execute hier eigenes sein soll wenn die, wenn die nimmst mal hier mitlässt ähm da steht nimmst drin ne, der Seaf Execute Officer das ist die langform von COO das heißt nicht vielen Anklophonen was auch immer das ist starten das geserftsführende Vorstandsmitglied oder den Vorstandsvorsitz oder Generaldirektor des Unternehmens also genau so was wie der Seft oder was die ist es nicht aber es würdest mich doch interessieren was die Anklophofenstaaten da ist dass man das hier ankotzt ähm auskotzt was sie gesagt was ist denn das, wie steht jetzt nix hier draußen dran das hab auch mal Wikipedia nach was steht ähm 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 ist mehr Begriffe das ähm früher ging mehr ist halt der Bevölkerung Mutter bis zum Beispiel sagen okay das ist so, also Englisch so Eigensprachen glaube es ist sub äh ich hab keine Ahnung belassen wir's dabei ich meine wir wollen ja lieber socken ne oder das alles ein bisschen wird grad ist okay ähm um es hinaus zu kommen sagen wir einfach ich hab am meisten von dem ähm Seth ähm äh ich hab dir ein Spielsack gar nicht jeder Bürgermeister äh komm nicht vergessen ähm ja bei Bürgerkind gibt es einen Bergermeister ne so ist jetzt aus äh äh ah ah doch dann aber die Aurora haben wir doch gesehen und da müssen alle ich glaube wir haben alle gesehen ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' gerade ähm äh ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' das ich hab' ich hab' ich hab' ich hab' das ist so ah ja das war so ich hab' äh ja ja geboten ich in der Tat aber das ist wieder an Anjagung und ne und da klingen es auch so ein ähm ja unter den Umständen bedankt für ein Partner das was ist gar nicht kurz das endet im Nächstes Platt geht's weiter. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao.